liebe community es ist zeit für eine dicke fette party hier bei youtubers live herzlich willkommen zu einer weiteren folge und wir gehen jetzt so eine feier denn wir wurden ja eingeladen und das eine video welches wir in der letzten folge hochgeladen haben alter schwede das ging ab wie schwitz katze und kann eigentlich mit dem dj ach so ich dachte besser als aber der bodyguard ich bin ja gut sie können es aber kein kriegen kaufen was kann man denn hier reden mit jender vielleicht kriegen wir irgendwas besonderes und haben willst du einige produkte bekommen und spider-man outfit okay ende deine freundschaft zweimal mit zwei verschiedenen leuten okay machen wir das spiderman outfit machen wir doch alles ich war früher auch mal ein youtuber wie du doch dann habe ich ein pfeil ins knie bekommen hat so viel skyrim gespielt war das war wohl die miete das war die miete die wir zahlen mussten okay aber gut wir haben die schon mal weg na kommt den ersten freund haben wir gleich schon mal oder können wir uns bingo ach so wir sind nur bekannte scheiße wir müssen freunde sein schnell 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 was biblical quantum ich konnte mich gar nicht erinnern dass dieses spiel überhaupt existiert ok schnell man das challenge wir brauchen das spider-man outfit bekannte reich glaube ich gar nicht ich tanze heute mit dem kerl aber kann man ja auch homosexuelle beziehungen haben im spiel bei sims geht das ja jetzt glaube ich oder oder gehen das die stadt immer jeder hat heutzutage einen kanal das stimmt das stimmt alter wenn wir pro freundschaft zwei minuten bauen dann müssen uns echt dran halten jetzt tanzen ist da komplett alter 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 nein nicht tanzen reden weil bringt tanzen auch was das schaffen wir nicht mehr guck mal die lecken ja gleich rum alter okay nochmal tanzen noch mal reden aber das schaffen wir nicht mehr schade da hätten wir das spiderman outfit für lau gekriegt es ist nicht mehr viel es ist nicht mehr viel ja 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 mach ihn leute jeder leute teilen kanal gerald hast recht komm ja okay tschüss okay wir wollen den nächsten hier wir reden mit jet schnell anderthalb minuten noch bei jet was geht alles klar bei dir ja cool ja kommen wir reden das schaffen wir nicht eine minute na komm da komm da komm da komm da komm wir nur das spiderman outfit haben bla 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 viel 40 sekunden das schaffen wir nicht mehr wie soll man das denn machen bitte mit wem redet er denn jetzt hier oh mein gott er spricht den falschen an nur der jet man kriegst einen guten flug dann in der wir haben es nicht geschafft man gucken was was passiert jetzt hat was dem können oh mein gott hätten wir sehen können ich konnte sie so schnell lesen mist das haben wir für eine aufgabe geschossen haben wir das spiderman outfit denn jetzt hat immer ich guck mal nach toll nein haben es nicht das macht mich sehr traurig so ich habe mal beschlossen dass ich eine halskette kaufe für den mann wir müssen ja ein richtig prolliger youtuber werden wie simon desu ok achso wir müssen jetzt zur präsentation alter wir haben echt einen vollen terminkalender in letzter zeit beenden ist meine kette noch nicht da schade ok hier zum event gehen ok alter schwede das schlechtes spiel wir erreichen bald die 200.000 abonnenten leute das ist ja ein traum es ist ein traum das hätte ich niemals gedacht und wir sind level 15 hab ich ja nicht mitbekommen ok setz dich wie heißt das spiel a fatal trip ok das ist von nontendo ok ja erzählt da jetzt wieder wir haben nämlich hier einen punkt noch den wir verwenden können dual nehmen wir eine epische spielsetzung leider ein freund an und startet ein gemeinschaftliches video ja cool was können wir machen können wir mit unserer lady mal aufnehmen machen wir die jetzt fame oder was ein autorennspiel die innovation sprudeln wieder in der gamingbranche immer das gleiche mit den leuten ja ok dürfen wir jetzt wieder gehen mann ich bin nur bei den punkten hier klatschen und ich gehe jetzt so boah alter ich mir vorstellen wenn mein leben echt so wäre dann würde ich mir eine kugel geben so pass auf wir machen jetzt noch hier pressefotografie ja weil wir müssen echt nämlich den neusten shit aufnehmen leute ich kann es immer nur wieder sagen wir können natürlich hier noch einen vlog aufnehmen das passt eigentlich gerade so weil wir sind ja gerade unterwegs wir haben auch genug punkte kann man sich das kommentar voll total begeistert aus hier oben in der cam so ja haben wir hier machen wir nicht so ein bad kann man sich nicht hinter dem bad wachsen lassen wenigstens so sarkastischer kommentar komm bisschen so ein archiv mann habe ich bei einem vlog erreicht das ist ja auch sehr schön hier passiert da nix immer das niedrigste kurzer kommentar hier passt ernsthaft ne komm mal ein philosophisches kommentar kostet aber 9 und wir haben nur 13 deswegen machen wir hier ein ernstes kommentar interaktiver ladebildchen bei einem vlog weißt du oder vlog oder was auch immer so fertig nice so zuhause werde ich es bearbeiten dann gehen wir jetzt mal nach hause oh wir wollen uns eigentlich noch fotografieren lassen egal weil das bringt immer erfahrungspunkte weißt du ist auch echt so wenn man sich zuhause fotografieren lässt äh wenn man sich fotografieren lässt ja geht auch so fortsetzen nintendo rockt den shit shit mit sca alles klar oh mein gott so das schlechteste spiel läuft auch ja das video ist ok zack äh nehmen wir das hier das hier das passt nicht warte das hier dann nehmen wir das hier oh nein warte mal das ist quatsch dies passt alles nicht warte mal der schluss ist auf jeden fall das das hier ist das ende vom video nö können wir das hier noch irgendwo reinschieben nö hier vielleicht nö hier vielleicht nö komm die szenen brauchen wir vielleicht gar nicht oder warte mal das ab plus 8 ist schon wichtig eigentlich hm hm ja das ist jetzt nicht so allgegenwärtig aber naja holladen 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 lids hoch ja es lids hoch ähm wir können derzeit ja nicht Ist meine Kette eigentlich jetzt da? Warte mal, ich gehe mal Kleidung ändern. Ich habe mir eine Kette gekauft. Die ist ja immer noch nicht da. So. Doch. Yeah. Ein richtiger Allergy. Okay. Wir müssen mal den Kurs fortsetzen. Oh, wir haben eine neue Karte bekommen. Singende Kritik. Alles klar. Was kostet jetzt eigentlich? Warte mal. Man kann jetzt umziehen bestimmt noch mal. Das war ins Luxus-Apartment. Alter, 950 monatlich. Alles klar. Das dauert noch nicht lange. So. So steht hier Video. Habe ich noch einen Vlog gemacht? So. Boah, der Kurs hat aber ewig lang, ne? Ja, und wir müssen wieder blechen. 60, weil wir wieder eine Musik verwendet haben, die wir nicht verwenden dürfen. Ja, 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 ja. Und draußen fahren sogar Autos rum, ey. Dieser Detailgrad in diesem Spiel. Meine Güte. Okay. Oh, wir müssen uns mal mit Johnny treffen. Was haben wir denn eigentlich für Events? So, warte mal. Haben wir lange nichts mal Cocktailparty? Oh, da kommen wir mal zur Cocktailparty. 40. Okay. War sonst da irgendwas? All in red. Ja, nee. Am 7. Juli ist sie, ne? Oh. Okay, ist ja in Kürze. Wir können ja mal unsere Lady einladen. Wo ist sie denn? Ah, hier. Äh, nein. Ich wollte sie eigentlich einladen. Warte mal. Nochmal. Ah, warte, 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 warte. Hier. Bisschen fummeln und so, weißt du? Musst ja auch mit den Leuten in Kontakt bleiben. Hi, du. Hör mal. Wie geht's dir? Das war's schon. So. Oh, wir haben noch ein Video. Nein, danke. Heute Abend nicht, weil ich nämlich noch ein Video schneiden muss. Ah, doch nicht. Toll. Abgesagt für nix. Ähm. Einkaufen. Gibt's denn hier? Battlefield. Oh, Interesse ist nicht mehr so krass. Bombgirl ist draußen. Wird gekauft. Bombgirl wird anscheinend ein Hammergame. Aber wir können aber mal. Was für Zimmer kaufen. Oh, der Rechner ist schon wieder kaputt. So, was für Zimmer. Können wir was Schönes kaufen. Und zwar. Ein Poster. Ein Decker. Und dann noch. Ein Kaktus. Und für die Skyline. So. Alles gekauft. Was haben wir bezahlt jetzt? Keine Ahnung. Ein Hunderter. Ding ist mal wieder kaputt. Müssen wir echt den Kurs mal selber erledigen. Dann sagen wir, ey. Das ist ein Grab hier, was wir schaufeln. So. Computerwissen für Anfänger. Okay, das ist der Kurs, den wir brauchen. Aber der dauert wahrscheinlich ziemlich lang. Haben wir hier. Der Freund meiner Freunde. Oh, wir von ihnen wieder Abonnenten. Ja. Machen wir nochmal ein Battlefield Video. Äh, Battlefield Video. Oh, wo. Oh, ne, ne, ne. Doch nicht. Eie. Eieie. Lieber doch nicht. Was ist denn mit Walking Dead? Wobei, das Game hier immer noch sehr beliebt ist, ne. Aber dann müssen wir die Konsole verkaufen. Machen wir nochmal American Bingo. Zwar dual. Wie geht das? Wat? Achso, ich muss einen Freund einladen. Okay, warte mal. Dann machen wir das mal. Laden wir die nochmal ein, die gute. Äh, die, die, äh, Liana. Hier. Einladen. Wir werden uns dort treffen. Hängt wieder einladen. Wie geht's dir? Oh. Guck mal, ein Poster haben wir jetzt. Nice. Hi. Wie geht's dir? Oh. Oh, guck mal. Leidenschaftlicher Kuss. Mhm. Erstmal, guck mal. Kann der gar nicht Hallo sagen. Die guckt erstmal meinen PC durch. Stalkern. Stalken. So, ich werde immer den Studienkuss eben. So, wir kriegen ja alles gerade Sachen hier. Guck mal, ein Kaktus. Och, schön. Ich will nicht in die Disco gehen. Nee. Lass mal. Wie kommt das denn hin? Oh. Nice. Hi, Baby. Na? Wie geht's dir? Blablabla, 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 blablabla. Mal gucken, ob die uns wieder eine Abfuhr gibt. Oh, 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 oh. Und das hier? Oh, oh. Hör mal, es läuft bei uns. So, wir können ein Gemeinschaftsprojekt aufnehmen. Und zwar, äh, was war denn das? Dann nehmen wir das hier auf. Komm. So. Ist ja auch mal was Neues. Eine LPT hier. Mit, okay, das lassen wir so. Ich bin mal gespannt. Wir haben eine neue Karte. Oh, wir hätten lieber noch vorher schlafen gehen sollen. Scheiße, jetzt haben wir natürlich nicht so viele Punkte. Das war blöd. So. Ach, sind sie die süß, die zwei. Wir können jetzt hier nicht allzu viel verwenden. Das ist das Problem. Das kostet so viel. Was soll wir leider das machen? Äh. Ja, ist Feierabend. Mist, wir hätten das Doppelte rausholen können. Hä? So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Warte mal, kann man das besser sortieren? Ja, kann man. So. Aber mehr kriegen wir da nicht raus, ne? Ne. Interesse, 114, Alter. Wow. Was ist denn da los? Man weiß es nicht, oder? So. Hochladen. Wenn man leidenschaftlich ein Kuss hier rausbrettern, dann geht es ab in die Pofe. Ich bin tot, ich muss ins Bett. Es tut mir leid, mein Baby. Oh, du kannst auch gerne mitkommen. Oh. Oh, da ist das Bett. Wie geht das nach Hause, oder was? Ne. Bleibt einmal die ganze Nacht da stehen. Oh, das müssen wir lösen. 120, Alter. So. Und was essen? Oh, die hat die ganze Nacht auf uns gewartet. Das ist doch so lieb von ihr, oder? Mann, 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 Mann. So, was haben wir denn noch? Alter, wir haben nichts mehr. So, was haben wir denn noch einkaufen gehen? Pass auf, das bewerben wir sogar jetzt noch. Ich geh noch ein Sandwich hinterher. Oh, lecker, lecker, lecker. Wir haben auch einen Abonnenten verloren, ne? Was macht ihr denn da jetzt? So, mal gucken, wie das Video ankommt. Können wir denn machen? Vorschlagen. Scheiß, dem Vorschlagen. Was passiert dann? Hä? Ja, ich will dich heiraten. Ich dachte, du würdest jetzt niemals fragen. Aber jetzt sind wir verlobt. Ist das unser Hochzeitsplan? Ich wollte gar nicht. Oh, mein Gott. Das war eigentlich gar nicht so geplant. Ich dachte, man kann irgendwas irgendwie... Äh, 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 äh. Okay. Das ist, äh, ja. So. Toll. Naja. Oh. Junior Spielentwickler. Guck mal, okay, mal 100 hier. Okay, mein Baby, ich will mal arbeiten. Oh. Video hat bald 100.000 Aufrufe. Sehr cool. Okay. So viel haben wir damit jetzt nicht verdient. Mist. Ich mit meiner Goldkette hier, mit meiner bekloppten Mütze. Okay. Aber ins Bett. Ja, und ich sag mal so, liebe Freunde, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von YouTubers Live. Die gibt's dann morgen, die Episode. Mann, ey. Wir sind schon ziemlich weit. Wir brauchen bald noch eine Luxuswohnung. Guck mal, das Video hat jetzt die 100.000 Aufrufe. Die möchte gar nicht mehr nach Hause gehen, ne? Die wohnt jetzt hier? Weiß ich gar nicht. Kann ich dir als meine Managerin jetzt einstellen? Dann gehen wir mal ein Geschenk noch zum Abschluss dieser Folge. Und, ähm, ja, schreibt doch mal, äh, oh, sonst irgendwie eine andere, eine andere, was ist das denn jetzt für eine Farbe? Hallo, mein Computer ist kaputt gegangen und ich, ja, das können wir machen. Okay. Und, äh, ja, wir sehen uns dann, wie gesagt, wieder. Bis morgen, liebe Freunde. Ciao. Ciao.